Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Brackelsieg heißt das Dorf, das seit gestern ganz besonders stolz ist. Denn Frank-Walter Steinmeier kommt ja von dort. Brackelsieg liegt in Lippe, genau in der Mitte zwischen Schieder und Schwalenberg. Wir haben heute am Tag 1 nach der Wahl des früheren rechten Verteidigers des TUS Brackelsieg zum Bundespräsidenten seine alte Heimat. Seine Mutter, für die gesamte Familie von Frank-Walter Steinmeier war das ein außergewöhnlich aufregendes Wochenende. Auch für seinen Bruder, die Schwägerin und seine Nichte. Sie alle waren nämlich mit nach Berlin gereist, um den großen Tag gemeinsam zu erleben. Bereits Samstagabend waren sie auf einer SPD-Party. Sonntagmorgen dann Frühstück bei Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau. Und dann ging es für alle zusammen Richtung Reichstagsgebäude zur Bundespräsidentenwahl. Und wir waren mit dabei. Ihr Eckart von Hirschhausen lieben, dann haben wir jetzt was für Sie. Wir sind am Donnerstag beim Auftritt des beliebten Kabarettisten in Minden mit dabei. Und zwei unserer Zuschauer sind ebenfalls zur Show eingeladen und dürfen ihn sogar persönlich treffen. Also, wenn Sie ihm gerne mal die Hand schütteln möchten, dann schreiben Sie uns einfach bis morgen Mittag 12 Uhr eine E-Mail an der studio.bielefeld.atwdr.de. Und vielleicht sind Sie dann ja mit dabei. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück. Ja, ich glaube, die Zeiten, wo man seinem Star eine Blume auf die Bühne wirft, die sind definitiv vorbei. Aber es gibt ja so ein paar Tage im Jahr, da spielen Blumen auf jeden Fall die Hauptrolle. Der Valentinstag, der Tag der Verliebten, ist ja so einer. Ist immer ein bisschen Geschmackssache. Aber Fakt ist, zum Valentinstag verkaufen die Blumenhändler auch bei uns zigmal mehr Blumen als sonst. Und deshalb sind Sie am Vortag entsprechend beschäftigt. Das erste Mal nicht mehr. So, und hier haben wir nochmal die E-Mail-Adresse für Sie. Studio.bielefeld.atwdr.de. Schreiben Sie uns gerne bis morgen Mittag 12 Uhr, wenn Sie Dr. Eckart von Hirschhausen gerne mal persönlich treffen möchten. Meine Daumen sind gedrückt. Mehr dazu dann bei uns in der Sendung am Donnerstagabend. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und tschüss bis morgen.